Es ist umwerfend. Ich habe eine Packung Socken. Können wir gestehen? Ich muss ein neues Klavier kaufen. Sie trägt ein rotes Kleid. Sie trägt ein rotes Kleid. Ich muss die Farben spenden. Er singt im Chor. War unser Enkel Journalist? Sind wir jeden Tag Diener? Sind wir jeden Tag Diener? Deine Stiefschwester war Lehrerin. Deine Stiefschwester war Lehrerin. Ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitslos. Glückwunsch zu deinem Erfolg. Glückwunsch zu deinem Erfolg. Kann er jeden Tag zurückkommen? Kann er jeden Tag zurückkommen? Ist der Flug pünktlich? Ist der Flug pünktlich? Ist es nicht schon zwei Wochen her? Ist es nicht schon zwei Wochen her? Können Sie schwimmen? Können Sie schwimmen? Ich bin mittags vielleicht kein Pathologe. Ich bin mittags vielleicht kein Pathologe. Denken Sie nicht darüber nach. Denken Sie nicht darüber nach. Wir können jeden Tag leben. Wir können jeden Tag leben. Waren wir alle zwei Wochen Lehrlinge? Waren wir alle zwei Wochen Lehrlinge? Kann ich bei Sonnenuntergang nicht analysieren? Kann ich bei Sonnenuntergang nicht analysieren? Ich werde es morgen noch einmal versuchen. Ich werde es morgen noch einmal versuchen. Er wird sich nicht äußern. Er wird sich nicht äußern. Sie haben nicht zugesehen. Sie haben nicht zugesehen. Auch Silber ist ein Edelmetall. Auch Silber ist ein Edelmetall. Er beendete seine Arbeit vorzeitig. Er beendete seine Arbeit vorzeitig. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ist sein Enkel Beamter? Ist sein Enkel Beamter? Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Werde ich nachts geboren? Werde ich nachts geboren? Ihr Stiefsohn war der Fahrer. Ihr Stiefsohn war der Fahrer. Ich kann köstliche Mahlzeiten kochen. Ich kann köstliche Mahlzeiten kochen. Er möchte kochen lernen. Er möchte kochen lernen. Er hat meinen Anruf immer noch nicht beantwortet. Er hat meinen Anruf immer noch nicht beantwortet. Möglicherweise nicht häufig gespeichert werden. Ich muss am Sonntag für einen Mathe-Test lernen. Ich muss am Sonntag für einen Mathe-Test lernen. Unsere Stiefschwester ist die Managerin. Unsere Stiefschwester ist die Managerin. Waren wir im Morgengrauen nicht beschäftigt? Waren wir im Morgengrauen nicht beschäftigt? Du würdest tanzen. Du würdest tanzen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Können wir Einfluss nehmen? Können wir Einfluss nehmen? Kann ich deine Hilfe bekommen? Kann ich deine Hilfe bekommen? Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. Sie sollen zwei Wochen lang nicht als Fahrer arbeiten. Kannst du meinen Burger verdoppeln? Ich habe Nahrungsmittelallergien. Ich habe Nahrungsmittelallergien. Der Arzt wird die Ergebnisse in Kürze mit Ihnen besprechen. War sein Vater Sanitäter? Werden Sie nicht manchmal unterschreiben? Werden Sie nicht manchmal unterschreiben? Du kannst überleben. Du kannst überleben. In welche Richtung ging es? In welche Richtung ging es? Deine Großmutter ist Komikerin. Deine Großmutter ist Komikerin. Ich bin selten ein Standesbeamter. Ich bin selten ein Standesbeamter. Und ich? Und ich? Ich habe meine Schlüssel im Auto gelassen. Ich habe meine Schlüssel im Auto gelassen. Kann er später als Lebensmittelhändler arbeiten? Kann er später als Lebensmittelhändler arbeiten? Müssen wir etwas tun? Müssen wir etwas tun? Müssen wir etwas tun? Ich möchte eins davon. Ich möchte eins davon. Sie haben monatlich organisiert. Sie haben monatlich organisiert. Sind Sie schon einmal Bungee-Jumping gewesen? Sind Sie schon einmal Bungee-Jumping gewesen? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Bedenken haben. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Bedenken haben. Ich darf nicht in der Abenddämmerung aufbrechen. Ich darf nicht in der Abenddämmerung aufbrechen. Mir geht es nicht sehr gut. Mir geht es nicht sehr gut. Sie sind in kompetenten Händen, vertrauen Sie dem Team. Sie sind in kompetenten Händen, vertrauen Sie dem Team. Wir verbessern uns ständig. Wir verbessern uns ständig. Ich möchte für diese Artikel bezahlen. Ich möchte für diese Artikel bezahlen. Du hast es fast geschafft. Du hast es fast geschafft. Es schreibt richtig. Es schreibt richtig. Wird es nicht helfen? Wird es nicht helfen? Du siehst traurig aus. Du siehst traurig aus. Sind Ihre Freunde Tierärzte? Sind Ihre Freunde Tierärzte? Sie haben den Bahnhof geschlossen. Sie haben den Bahnhof geschlossen. Möglicherweise müssen Sie in ein paar Wochen nachfragen. Möglicherweise müssen Sie in ein paar Wochen nachfragen. Er kann zwei Wochen lang als Lkw-Fahrer arbeiten. Er kann zwei Wochen lang als Lkw-Fahrer arbeiten. Wir würden uns darum kümmern. Wir würden uns darum kümmern. Wie bereitet man Enchiladas zu? Wie bereitet man Enchiladas zu? Wir vermieten eine ruhige Wohnung. Wir vermieten eine ruhige Wohnung. Werden wir uns nicht verschulden? Werden wir uns nicht verschulden? Ich bin so wütend, dass ich schreien könnte. Ich bin so wütend, dass ich schreien könnte. Ihr Stiefgeschwister ist Krankenschwester? Ihr Stiefgeschwister ist Krankenschwester? Er war der Kapitän der Mannschaft. Er war der Kapitän der Mannschaft. Wir sollten früher arbeiten. Wir sollten früher arbeiten. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Wie oft gehen Sie auf Konzerte? Wie oft gehen Sie auf Konzerte? Sie sind allergisch gegen Penicillin. Sie sind allergisch gegen Penicillin. Mir ist an dem Problem nichts Besonderes aufgefallen. Mir ist an dem Problem nichts Besonderes aufgefallen. Können Sie es nicht oft nutzen? Kannst du manchmal keine Landwirtschaft betreiben? Kannst du manchmal keine Landwirtschaft betreiben? Wir vertrauen unseren Freunden. Wir vertrauen unseren Freunden. Er macht eine Pause von seiner Arbeit. Er macht eine Pause von seiner Arbeit. Wie viele Fenster gibt es im Haus? Wohin gehst du, wenn du krank wirst? Kann ich bitte nachfüllen? Kann ich bitte nachfüllen? Du musst ihn so sehr vermissen. Du musst ihn so sehr vermissen. Ich würde eine Rückerstattung bevorzugen. Ich würde eine Rückerstattung bevorzugen. Kündigt jeden Tag an. Kündigt jeden Tag an. Er möchte es von Zeit zu Zeit. Er möchte es von Zeit zu Zeit.